Hallo Facebook, hallo. Ich hab was erfunden. Guck mal, ich mach ein Selfie-Video. Ein Selfie-Video, das hat noch keiner gemacht, denkt ihr? Was ist das für ein Idiot? Bestimmt vielleicht, aber ich hab da noch was anderes vor. Warte mal. Das ist eigentlich ein Live. Das wäre live gedacht, aber hier hat man mal eben so überhaupt kein Netz. Aber dafür hab ich was anderes. Meine Band. Guck mal. 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 Hey, wo hängen die denn ab?! Wo hängen die denn ab?! Sind sie noch drauf? Komm, wir reisen durch die Gegenwart. Die hören gar nicht auf. Eigentlich wäre hier das Ende. Wir wollen da so locker raus. Aber warte mal, jetzt habe ich aber auch Bock. Komm, wir reisen durch die Gegenwart. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.